So meine lieben Leute, da bin ich auch schon wieder, Blubbleskin. Erstmal gucken, ob die Steuerung funktioniert, sieht ganz gut aus. Ich fang einfach mal direkt an, ohne groß Zwischengeblubbel. Wiii, Blums. Und tauchen kann ich ja jetzt endlich auch, haha. Äh, 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 komm hoch. Die Musik ist so toll. Ach ja, ein bisschen Rayman wieder spielen, aber nicht viel. Nur ganz leicht. Oh Gott. Die kann man auch nicht, nee. Kann man nicht, da kann man auch nicht machen. Okay, weiß ich Bescheid, Manu. Ich wollte auch nur ein bisschen spielen. Mann, 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 Mann. Kann man schneller unter Wasser? Geht's los langsam. Okay, mit Er kann man auch schneller schwimmen. Aha, sehr gut. Muss man nur vorsichtig sein. Äh, weil das könnte ja schon doch ein bisschen gefährlicher werden. Ich hasse ja unter Wasserwelten sowieso schon. Plums. Oh, geheimnisvolle Musik. Oh. Oben lang? Oben lang. Ah. Ein paar kleinere Blubbelubbels. In Blubberblasen. Äh, lasse ich den einmal übrig. Und dann pire ich mich langsam nach vorne. Ich geh mal hier lang. Oh, diese Musik ist so richtig schön geheimnisvoll. Oh, hei. Au, hei. Au, hei. Nein, nein. Du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. So, jetzt mal ein bisschen schneller hier. Ach, ficken. So, dat und dat. 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 Und so. Haha. Da war ja nichts, glaub ich. Doch, da war was. Äh, also lang da. Geheimnisvolle Musik ist geheimnisvoll. Ui. So, das kleine Kreuz hier aufsammeln. Hihihi. Lalalalalal. Und hoch. Los. Dann hier lang. Gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Ah. Wieder nur diese komischen Lumenlummelumels. Lamelups. Lamulana. Lamulana ist so ein Spiel, was ich niemals spielen würde. Kennt das jemals von euch? Das ist so ein 2D Adventure Action Crossover Kackding. Okay, voll umsonst hier rein. Äh, wie komm ich da jetzt wieder raus? Und hudl, hudl, hudl. Nein. Scheiße. Molzen. Ach man, jetzt wieder alles von vorne machen hier. So ein Dreck-Puller-Kack-Wichs-Scheiß. Ach, verdammt. Plupp. So. Da war, glaube ich, nichts drin. Ne. Geh einfach direkt hier lang. Ist direkt besser. Ach man, fick dich. Du Kackding. Näh. Und, und, oh. Oh. Die Gefahr ist groß. Sehr allmächtig. Die geheimnisvolle Musik. Ey, hui. Kommt mal ja direkt das Zaudern. Zack, zack, zack. Ob man die Viecher besiegen kann, wenn man dagegen schlägt? Ich probiere es einfach mal aus. Jaha. Das ist ja praktisch. Hier geht es bestimmt rein. Hey, ein Geheimversteck. Ist ja wie bei Donkey Kong Country. Da geht sowas auch immer. Okay. Ich muss das vier erstmal beseitigen. Das heißt, ich gehe wieder links vorbei. Ich versuche es mal mit dem Vieh hier auch. Fump. So, das wäre schon mal erledigt. Jetzt hier links lang. Und, fump. Jawollo. Kann ich mir den denn nicht auch holen? Hehehe. Jetzt ist das Meer wieder befreit. Von den Tentakelmonstern aus der Untiefe. Wollskin. Tentakelmonster. Rapehentai. Ah. Ihhh. Och Mann. Oh. Ich will das nicht. Kackviecher. Dass man die auch nicht besiegen kann, ey. So. Das beseitige ich. Aber mal ernst. Dali, dali, va? Zang. Bau, bau, bau. Jetzt weiß ich ja wenigstens, dass man das machen kann. Oh, Alter, Leute. Das Level riecht mal jetzt schon auf. Ich mag doch Unterwasserwelten so sehr. So, durch. Und da hat er rechts auch nochmal geholt. Ja! Ach, Mann, 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 Mann. Ach, fick dich. Dreck. Scheißdreck. Kackfick. Fickendreck. Pullerdreck. Ficken. Puller. Ja, ich weiß. Ich habe eine gute, angenehme und gebildete Wortwahl. Kann halt niemand so doll haben, wie ich sie hab. Ja, ja, ja. So. Hoppala. Ach. Äh, zack, durch. Ach, Gott sei Dank. Flump, 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 flump. War hier rechts noch was? Ne, okay. Dann geht's hier nur rechts unten. Rund hin vor allem. Runter, unten weiter. Rapunzel, Rapunzel, lass doch dein Haar rot. Ah, was bist du denn? Ist ja wie so ein Mix aus Dunkel und Country und Metroid. Super Metroid. Die Musik einhabe ich ein bisschen an Super Metroid. Die Monster auch. War auch ein geiles Spiel, definitiv. Muss ich irgendwann nochmal zocken. Ah, ich muss doch Other M zocken. Meine Güte, ich hab noch so viel. Ich brauch einen Grabber, dann let's play ich das alles mal. Erbarmst dich jemand, mir einen Grabber zu schenken? Bitte. Liebguck, Sternchen, Liebguck. Ist hier soweit nichts mehr? Sieht nicht danach aus. Ob man das... Ah! Das kann man nicht benutzen, nein. Okay. Dann geht's hier rein. Vorbei oder ob da... Oh nein, oh. Oh, oh, ich dachte grad. Alter, ich bin mal lieber ganz langsam hier. Das ist mir grad ein bisschen zu... Braffärlich. Nack, 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 nack. Piu. Jetzt wird's dunkel. Ach du Kacke, ey. Aber der Stil ist echt bombastisch, Leute. Fast schon ein bisschen gruselig. Gefällt mir definitiv sehr, sehr, sehr gut. Ich bin grad so ruhig, weil mir diese Musik einfach so unglaublich gut gefällt. Einfach mal auf sich wirken lassen und nichts sagen. Gibt's ja auch Geheimwelten? Geheimlevelze? Alter Schwede. Das ist krass. Ach, das Licht hält die Viecher weg. Okay. Das heißt, wenn ich das Licht nicht habe, bin ich gearscht. Alter Schwede. Hoppa, 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 hoppa. Gehe, gehe. Weiche Hand, weiche. Nein, 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 nein. Wieso war das Licht weg? Darf ich nicht zu schnell sein? Was zur Hölle geht ab? Warum? Oh fuck. Muss ich mich ja doch beeilen. Okay, Viecher aufsammeln. Nein. Und, nein, und durch. Schnell. Ich lass das oben lang einfach. Einfach schnell durch hier, gut ist. So, hier ist der nächste Hotspot. Versuch ich's nochmal. Ah, schnell. Die dürfen nicht entweichen. Ich muss hier durch und schnell einsammeln. Ui. Oh man, das ist ja echt, wow. Mysteriös, mysteriös. Im Dunkeln leuchtend, mysteriös. Diese kacken Hände. Lasset mein Licht in Ruhe. Lasset mir mein Licht. Und wenn er nicht meine Lippen verliert. Aua. Dann nur damit du Kot empfängst, Alter. Jetzt reicht's mal langsam hier. Gehen sie mir aus dem Weg. Nein. Pulzen, Knicken, Knaggel, Knuck. Oh, wenigstens hier wieder angefangen. Beim nächsten Lichtspot. Versuchst du viele von diesen Kackflüchern aufzusammeln, wie wo nur geht, ey. Hier ist auch noch Licht. Gott sei Dank, das ist schön. Geh ich hier unten lang. Geh ich hier seitwärts lang. Das kann man wahrscheinlich nicht zerstören, aber hier geht's weiter. Oh, Geheimnis. Wunderbar. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Ultra böse ist bösen, Dooms. Oh, da hat er. Fuck. Mann, das war der letzte. Mann, oh. Nicht doch. Durch. Durch, hab ich gesagt. Alsten. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Jawoll. Nein, du bist doch ein Arschloch. Warum musst du zu tun, du 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 du. sich aber groß weißt du doch nicht wirklich du machst dich nicht groß du auch nicht du erst recht nicht das wird mir euch zerstören ha wunderbar den einen kacke ich jetzt mal der erste käfig ein schlückel trinken und dann gehört auch schon direkt wieder weide ich mich diese geheimnisvolle mysteriöse musik auch ich krieg da voll die Hummeltitten ich gehe und weiche wer bist du denn ein Lumpfisch ich nehme den einfach mal Lumpfisch Junge mach keine Faxen hier Lumpfisch wundervolle musik ist das süß oh herrlich Leute ich weine gleich das Spiel ist so schön so malerisch gestalterisch wertvoll künstlerisch und jetzt kommt das Norden Hehehe Luckily wir haben wir 팔ig aus ag wunderbar eine der wenigen wasserwelten die mir doch mal gefällt weil sie wunderschöne musik hat obwohl hatte ich bei dunklen country auch immer meiner meinung nach ist auch diese dort ganz schön ein paar von diesen glühfischen aufsammeln hier war nichts schön durch gruselig nein 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 ich sehe nichts kann man die hauen ja kann man aber das dunkel die hände kommen ich möchte nicht dass die hände kommen nein 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 leider verkackt egal ich habe einen geheimen auftrag oder das ist ein komisches fisch wie er es verfolgt mich das ist nicht gut verfolgt mich nicht wunderbar nein oder heute gott sei dank der zweite käfig damit hätte ich alle und wieder ganz sanft durch die anfangs sehr gruselige unterwassermusik keine napriese nein aufgen ficken ich will da unten ran Scheiße, soweit, egal. Und ich mit dir halt auch noch. Nächstes ein paar Lumen-Lumen-Lumen-Lums, oder wie die Dinger heißen. Vielleicht reicht's ja mit 377. Ich brauch jetzt 500 oder 450 oder was auch immer. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich fühl mich schon, als hätte ich ganz viele aufgesammelt. Jawollo, es reicht. Endlich mal wieder eine Medaille. Ja, juhu. Wofür auch immer diese Medaillen da sind. Vielleicht für irgendeine Auszeichnung am Ende. 100% Run bei diesem Spiel. Das wird der Wahnsinn, ey. Das wird der Wahnsinn, Leute. Boah, nee, ey. Techno-Mucke. Ich bin Visco-Mucke. Tut mir leid. Back to the Leichtung of Dreams. Fauler Fisch. Hör mal, eine neue Figur ist im schnorchenden Baum verfügbar. Das ist doch sane. Oh nein, das nächste wird eine definitiv richtig dicke Unterwasserwelt. Zweifel weitere brauche ich noch. Das sollte machbar sein. Oh, ist ja bald durch hier. Äh, ja, okay. Ich bin ganz kurz was gucken. Bin gleich wieder da. Kurzen Augenblick.